Und da gibt es jetzt auch schon die Memojis, also so ein Emoji aus dem eigenen Gesicht. Das ist so wie bei den Hieroglyphen früher, damit kann man ja auch ganz kompakte Geschichten erzählen. Also zum Beispiel hier so ein Emoji, also angenommen, ich sag mal Buch, Peitsche und Kackhaufen, das bedeutet, scheiße, ich muss zur Schule. Oder eben angenommen so ein Memoji vom eigenen Gesicht, dann dazu eine Hand, ein Herz und eine Uhr. Das bedeutet, ich muss sofort onanieren.